willkommen meine lieben hier ist wieder der laffi-san mit einer neuen folge vom setformat ihr könnt gerne auch ein abo da lassen hier kommen nämlich weitere video videos zum thema jugio du links zum tcg und auch natürlich let's plays von daher könnt ihr hier gerne abonnieren so aber jetzt wollen wir hier auch mal richtig anfangen nämlich haben wir hier heute das pack vol 2 sehr interessant ist dass hier yumi und joey drauf sind ich hätte ja eigentlich gedacht dass wir beim zweiten booster kaiver sehen würden aber gut vol 2 oder volume 2 ist ein japanisches booster im pack yugio offiziellen kartenspiel wie andere karten die zu beginn des spiels gedrückt worden haben die karten keine gedruckten zahlen und es fehlt das markante auge des anubis hologramms in der unteren rechten ecke jeder karte von den 40 karten in voll 2 alle außer rotölger silberzombie dover holograph einsamkeit anhänger in den schatten herbe zaubernde von tontyp und holz bleibt aber seitdem im jugio kartenspiel sammeln kartenspiel ja das ganze ist wir vom google übersetzer übersetzt daher liest sich das ganze auch so nichtsdestotrotz wollen wir uns gleich mal die ganzen karten ein angucken ich habe da auch schon ein bisschen reingeschaut es sind ein paar wirklich schöne karten weil wir haben fusionsmaße wir haben zauberkarten und wir haben auch recht viel anderes zeug aber ich würde sagen dir schon ab »Ost noch da« » GelwnyG unexpected?» Äh Ah Ja, 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 ja! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020